Mr. Peabody, Sie haben einen Nobelpreis gewonnen, sind ein weltbekannter Forscher und haben olympisches Gold im Weitsprung und im Biathlon errungen. Glauben Sie, dass Sie den Herausforderungen der Erziehung eines Jungen gewachsen sind? Ein Gedenk meiner bisherigen Leistungen, wie schwer kann das schon sein? Nun gut, wenn ein Junge einen Hund adoptieren kann, spricht nichts dagegen, dass auch ein Hund einen Jungen adoptiert. Im Frühjahr 2014 steht der klügste Hund der Welt gar nicht schlecht, Peabody, vor seiner größten Herausforderung ganz gleich wie fern ich zu sein scheine Wiedersehen, Mr. Peabody! Vater zu sein George Washington, was für ein Baum hat er gefällt? Ich, ich, ich! George Washington hat nie einen Kirschbaum gefällt. Man hat es erfunden, um Kindern eine Lektion übers Leben zu erteilen. Da ist wohl jemand sehr gut in Geschichte, was Penny? Mr. Peabody, Sherman hat sich heute geprügelt. Wenn die Eltern des Mädchens Anzeige erstatten, sorge ich dafür, dass man ihnen das Sorgerecht für Sherman entzieht. Wie konnte es dazu kommen? Sie hat mich ja einen Hund genannt. Oh je. Wer kommt denn zum Essen? Warts ab! Ich muss Ihnen sagen, Peabody, wenn es um meine Tochter geht, dann gibt es nichts Wichtigeres als... Hallo? Eine Umfrage, ja, gell? Woher weißt du denn all das Zeug über George Washington? Versprichst du, dass du keinem erzählst, was ich dir jetzt zeige? Der nennt es den Wayback. Wow! Und wo warst du schon damit? Nicht wo, Penny. Wann? Wo ist Penny? Einen alten Ägypten. Du hast den Wayback benutzt? Sie steht total drauf. Los hinterher! Hi, Penny. Ich bin Prinzessin Hatschipsut. Liebliche Blume von Neil. Wenn du glaubst, wir würden dich hier lassen, bist du eher lieblich Seenil. Kapier ich nicht. Hand! Diese! Halt! Vorsicht, Sherman. Das ist eine Falle. Nimm das falsche Boot und du fährst in den Sack. Jetzt bist du dran. Das Boot von Rappen? Quack. Oh je. Lauf! Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Mr. Peabody! Bis heute den Sherman! Nun Sherman, entscheidend ist eben, was hinten rauskommt. Hahaha, kapier ich nicht.